Hallo Emma, schön dich zu sehen. Ebenso. Ein voll schönes Kaffee hast du da ausgesucht. Sieht sehr gemütlich aus. Echt, findest du? Das hat mir dein Freund Benjamin empfohlen. Ach ja, ich muss dir etwas erzählen, Marie. Ich bin ganz ohr. Ich bin ganz ohr. Benjamin und ich haben Schluss gemacht. Benjamin und ich haben Schluss gemacht. Oh wirklich? Ihr beide wart doch immer wie ein Herz und eine Seele. Ihr beide wart doch immer wie ein Herz und eine Seele. Das schien nur so. In Wirklichkeit hatten wir viele Konflikte. Wir haben uns deshalb entschieden, getrennte Wege zu gehen. Wir haben uns deshalb entschieden, getrennte Wege zu gehen. Ich fand Benjamin immer sympathisch. Er hatte eine angenehme Persönlichkeit. Naja, wenn du wüsstest, was er mit mir gemacht hat, würdest du vielleicht anders denken. Emma, Konflikte gibt es doch in jeder Beziehung, oder? Ja, schon. Aber dieses Ereignis hat unsere ganze Beziehung auf den Kopf gestellt. Ja, schon. Aber dieses Ereignis hat unsere ganze Beziehung auf den Kopf gestellt. Welches Ereignis meinst du? Erinnerst du dich an dieses Video von Benjamin, das viral gegangen ist? Meinst du das Video, in dem er zwei seiner Kumpels auf den Arm genommen hat? Meinst du das Video, in dem er zwei seiner Kumpels auf den Arm genommen hat? Ja, genau dieses Pränk-Video meine ich. Wegen ein paar Pränk-Videos auf YouTube, es hat auf YouTube über 5 Millionen Aufrufe erhalten. Seitdem macht er regelmäßig solche Videos und ist ein total anderer Mensch geworden. Du meinst, dass der Erfolg ihm zu Kopf gestiegen ist? Er brüstet sich die ganze Zeit vor mir und seinen Freunden. Wegen ein paar Pränk-Videos auf YouTube? Ja, er glaubt jetzt, dass er es voll drauf hat. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Natürlich. Aber das ist alles an ihm abgeprallt. Das Einzige, was ihn interessiert, sind seine Posts auf Social Media und sein neuer Kanal. Eines Tages bin ich krank geworden. Sehr krank sogar. Ich musste ins Krankenhaus. Mir geht es echt dreckig. Begleitest du mich ins Krankenhaus? Schatz, ich muss dieses Video ganz schnell fertig machen. Es muss um 15 Uhr gepostet werden. Zu dieser Uhrzeit sind die meisten Abonnenten online. Mir geht es wirklich schlecht. Wieso ist dir dein Social-Media-Zeug jetzt wichtiger als ich? Wir fahren dann gleich. Aber jetzt muss ich kurz diese Arbeit beenden. Ich bin dir egal. Deine Freunde sind dir auch egal. Ich erkenne dich wirklich nicht wieder. Verstehst du denn nicht, Emma? Das ist für mich jetzt wie eine Arbeit. Du bist doch kein Kind. Du kannst allein ins Krankenhaus fahren, wenn es so dringend ist. Ich habe Schmerzen. Nimm eine Schmerztablette und in einer Stunde fahren wir, okay? Ich kann es nicht fassen. Du weißt nicht, wie sehr du mich verletzt. Ich rede nicht mehr mit dir. Hey, danke für deinen Support und dein Feedback. Ich freue mich, dass das neue Video dir gefallen hat. Ah, du meinst, dass wir uns persönlich treffen sollten? Klar, warum nicht? Wir können uns gern nach meinem Livestream treffen. Ben, was ist hier los? Das war nur ein Fan. Komm, nimm mich nicht auf den Arm. Ich habe alles gehört. Komm, nimm mich nicht auf den Arm. Ich habe alles gehört. Wieso muss man persönlich mit einem Fan telefonieren? Und wieso hast du dich mit ihr verabredet? Hör auf, von Dingen zu reden, die du nicht verstehst. In diesem Feld ist Zusammenarbeit das A und O. In diesem Feld ist Zusammenarbeit das A und O. Die meisten YouTuber arbeiten mit jemandem zusammen. Zusammenarbeit? Was für ein Quatsch! Dein schneller Erfolg ist dir zu Kopf gestiegen. Dein schneller Erfolg ist dir zu Kopf gestiegen. Ich kann dein Gerede nicht mehr aushalten. Ich merke, dass du extrem eifersüchtig bist. Verstehst du, was du da sagst? Du hast nicht einmal Zeit, mich ins Krankenhaus zu bringen. Und dann nennst du mich eifersüchtig? Ich bin wirklich müde davon, dass du nichts kapierst. Ich denke, wir sollten für einige Zeit Abstand voneinander haben. Weißt du, was du da gerade sagst? Du siehst nur noch eine einzige Sache. Dich selbst. Ich verschwende meine Zeit nicht mehr. Ich werde mir schnellstmöglich eine eigene Wohnung suchen. Danach habe ich die ganze Nacht geweint. Hat er sich nicht entschuldigt? Nein, am nächsten Tag war er nicht mehr da. Er schrieb mir nur, dass er bei einem Freund übernachtet. Das ist wirklich heftig, Emma. Ich war so dumm. Ich habe mich danach sogar bemüht, die Beziehung wieder zu retten. Aber von seiner Seite kam gar nichts. Das kann ich verstehen. Nach sechs Jahren Beziehung will man nicht einfach so aufgeben. Ich war danach sehr depressiv. Ich habe viel geweint. Emma, das ist ein Schock. Ich dachte wirklich, dass bei euch alles gut läuft. Ich habe letzte Woche alle meine Sachen gepackt. Jetzt wohne ich bei meinen Eltern. Ich suche nach einer neuen Wohnung für mich. Fühlst du dich jetzt ein bisschen besser? Am Anfang war es sehr schwer. Es hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Es hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber so langsam bekomme ich wieder neue Kraft. Emma, ich habe eine Idee. Ich glaube, ein Urlaub würde dir sehr gut tun. Oh ja. Wollen wir zusammen an die Ostsee fahren? Wir könnten uns ein paar Tage am Strand entspannen und alles machen, was dir gut tut. Danke, Marie. Das brauche ich sehr. Das brauche ich sehr.